I would only ask this. Und ich habe mich mal wieder aufgemacht und einige Dinge rausgesucht und die werde ich euch heute hier vorstellen, die Twitter-Schnipsel. Alex Pato twittert. Mein Schatz und ich gehen jetzt in ein Ein-Euro-Shop und jeder muss ein Artikel kaufen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Sturmgurke fragt dann daraufhin, und was kam dabei raus? Hat leider nie eine Antwort bekommen. Diese abgehobenen YouTube-Stars. Jaja, auf Twitter nicht antworten, aber dann im Ein-Euro-Shop einkaufen. Schon klar, ist klar, ist klar. Mr. ChrisOppsGameplayGermany2 postet dieses schöne Bild. Reasons for death in Call of Duty. Ganz kleiner Bereich dieses Kuchens. The enemy was better than me. Und ein ganz großer Teil des Kuchens. Fuckin' Bullshit! M-Core kann kein Chinesisch. Geht hier scheinbar um Call of Duty Online, was man in China als Free-to-Play benutzen kann. Ein anderer User schreibt dann, mach noch mehr Hashtags rein. Und M-Core lässt sich es nicht nehmen. Und jetzt achtet bitte auf diesen Satz. Wenn's dir nicht passt, dann bist du bei Twitter bei der falschen Stelle. Mike's Gamer-Ecke hat freiwillig das Treppenhaus und die Fenster geputzt. Weil er dachte, oh ne, das geht ja mal gar nicht. Was bist du nur für ein Gamer. Dass du dich nicht schämst. Ei, der Friseur fragt. Kann mir bitte jemand ein Ignivor mit dem Wesen hart zuechten? Hashtag Pokémon. Der kleine Friseur möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ich wiederhole, der kleine Friseur möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Dr. Kaboom schreibt, mein Battlefield 3 Livestream ist live. Ja, was denn sonst? Der Kampfschmuser hat's richtig erkannt. Sergio Ramos ist ein Elfergott. Aber komm ey, nur weil er jetzt einmal hier im Finale vom Confed Cup einen Elfmeter verschossen hat, ist ja nicht so, dass das öfter passiert. MaxFPS twittert, dass er bald Urlaub hat und dann kann er auch wieder mehr Videos stelzen. Dann gibt's endlich noch mehr. Bullshit! Anti-Gaming twittert auf Englisch Welcome to Black Ops 2, where aim doesn't matter and pistols kill quicker than Primaries. Eja, das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist doch kompletter Quatsch. Hier, bestes Beispiel. Und hör auf, einen auf Markpatron zu machen. Nur der darf solche Posts machen. Ist das klar? Hast du das verstanden? Kommen wir nun zum Markpatron Spezial. Ich hab gefragt, ob Markpatron eigentlich auf die Gamescom fährt. ChrisOpsGaming hat mich dann darauf hingewiesen, dass für das Organisatorische der zweite Account von Markpatron XRabbit74 zuständig ist. Der schrieb mir dann auch, im Augenblick ist es nicht geplant, höchstens spontan, dann aber nur am Pressetag. Wieso dieser Tweet? Da ist nichts lustig dran, da hab ich nichts zu sagen. Ganz einfach. XTheRabbit74. Passt mal auf. Übrigens hat vor einiger Zeit Markpatron geschrieben, I will not pre-order Ghosts and not buy at release. I expect fair play at Activision at Infinity Ward at Mark Rubin. Alle hat er gleich mit reingehauen. Aber vor kurzem dann folgender Tweet. Welches COD Ghost Edition soll ich denn bestellen? Die PS4 Co Edition oder die Xbox One Casual Edition? What? Das ist wirklich... Bullshit! Sommerloch, Videoloch, Abo-Loch, Langeweile-Loch, Arbeitsloch. Mein lieber Sidecheck, da hast du aber auch einige Wörter vergessen, muss man hier ganz klar mal sagen. Zum Beispiel Guckloch, Luftloch, Ozonloch, Dübelloch, Arschloch, Knopfloch, Mausenloch, Nasenloch, Startloch, Hellerloch, Flaumloch, Rattenloch, Schlagloch, Gewindeloch, Haushaltsloch, Schlüsselloch, Gewindestangenloch. Sag mal, bist du behindert, Alter? Was soll denn der Scheiß? Was denn? Nur ein paar Löcher, Mann! Ja, ich stopf dir gleich die Löcher. Was da? Was, Junge? Was? Der Top Spartan, der twittert einfach nur, wie er seine eigenen Videos dauernd liked. Diese abgehobenen YouTube-Stars. Teros twittert, ich bin wie eine Crack-Nutte, die immer wieder zu ihrem Dealer zurückrennt, wenn es um Call of Duty DLCs geht. Das kann ich endlich mal unkommentiert lassen. Wobei man natürlich generell sagen könnte, Black Ops 2 ist natürlich... Jetzt hör mal auf, immer der gleiche Gag, das ist echt nicht mehr lustig jetzt. Tio schreibt... Moment, mehr war das nochmal? Tio schreibt, letzte Möglichkeit, eure Meinung zu äußern. Die Last of Us mit oder ohne... Ohne! Diese untergehenden YouTube-Stars. Underserial versucht krampfhaft sein neues Video zu promoten. Mit mehreren Tweets. Aber was eigentlich das Interessante hierbei ist, schaut euch mal dieses Profil-Bild an. Lagerluster-Better-Epic-Bambu. Ah, ja, 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 ja. Ja, was ist denn das? Diese abgehobenen YouTube-Stars. Worte wirklich. So, das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge der Twitter-Schnipsel von eurem Dommerkwin. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Puh! Langweiliger Scheiß war das. Langweilig. Wie langweilig die Ausgabe aller Zeiten. Überhaupt keine Mühe gegeben.